Hallo, ich bin Mario, Produkttrainer bei Stihl. Ich möchte Ihnen heute die MS180 vorstellen. Eine Motorsäge für den privaten Anwender zum Schneiden von Brennholz, Fällen kleinerer Bäume und für die Arbeiten rund um Haus, Hof und Garten. Die MS180 hat einen Hubraum von 31,8 Kubikzentimeter bei einer Leistung von 1,4 kW. Das entspricht 1,9 PS. Die Motoreinheit wiegt ohne die Schneidgarnitur und ohne die Betriebsstoffe 4,1 Kilo. Gegenüber der MS170 haben wir zum einen eine etwas höhere Leistung und als Komfortmerkmal die seitliche Kettenspannung, die das Spannen der Kette über diese Position deutlich einfacher gestaltet. Wichtig hier nochmal der Hinweis, nutzen Sie für die Motorgeräte von Stihl, insbesondere die Zweitaktenmotoren, ausschließlich ein Kraftstoff-Ölgemisch, bestehend aus einem Teil Öl und 50 Teilen Kraftstoff. Dieses selbst hergestellte Gemisch kann nur begrenzte Zeit gelagert werden, darum empfehlen wir immer Stihlmotormix. Es hat als Sonderkraftstoff viele Vorteile, zum einen was meine eigene Gesunderhaltung betrifft, natürlich auch der Schutz der Umwelt, aber auch die Triebwerkssicherheit. Und deshalb ist Stihlmotormix immer auch eine sehr gute Empfehlung, insbesondere natürlich für den Privatanwender. Tragen Sie, wie ich, komplette Schutzausrüstung, bestehend aus Gesichts- und Gehörschutz, bei Fällarbeiten natürlich in Kombination mit einem Helm, Handschuhe, Hose oder Beinlinge mit Schnittschutz und auch Schuhe mit Schnittschutz. Somit arbeiten Sie mit der Motorsäge sicher. Mein Fazit zur MS 180. Es ist eine schöne, leichte, gut zu bedienende Motorsäge für die Arbeiten rund um Haus, Hoch und Garten und natürlich für das Schneiden von Brennholz. Sie ist verbrauchsarm, sie ist abgaskonform, leicht in der Bedienung. Haben Sie schon Erfahrung mit der MS 180? Dann schreiben Sie uns diese in die Kommentare. Wenn nicht, gehen Sie zu Ihrem Fachhändler, lassen Sie sich beraten, testen Sie die Motorsäge noch einmal auf Herz und Ihren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss.